Wir sind die vierte Macht, kein Geld und keine Technik kann unsere Macht verhindern, keine Mauer, kein Gefängnis kann unseren Einfluss stoppen, keine Entfernung, kein Raum, keine Zeit ist eine Grenze für uns. Aunderte wurden wir verfolgt, ihr habt uns in den Folterkellern gequält, mit der Wasserprobe ertrinkt, auf Scheiterhaufen verbrannt, aber jetzt ist Schluss, wir werden nicht mehr schweigen. Wir werden nicht mehr mit anschauen wie ihr die Erde vernichtet, wir werden nicht mehr zu sehen wie ihr unschuldige Tiere tötet. Wir lassen uns nicht mehr für Geld kaufen, wir werden nicht mehr zu sehen wie ihr Kriege veranstaltet, wir sind Hexen, und wir kommen mit vielen Verbündeten, wir durchschauen in euren Regierungen die Lügen die ihr erzählt. Wir werden nicht mehr zu sehen wie ihr Kriege verbrannt, wir werden nicht mehr zu sehen wie ihr Kriege verbrannt. Wir werden nicht mehr zu sehen wie ihr Kriege verbrannt, wie ihr FreedomOT und die Feinde verbrannt werden können, sondern so feitern, wenn ihr Geld von der Welt verbrannt wird. Wir werden nicht mehr zu sehen, dass ihr Geldほit olsun können, wenn ihr Geld verbrannt ist. Wir werden nicht mehr zu sehen, wenn ihr Geld werdet ihr werdet hat, wird es wichtig, dass ihr Geld verbedingt. Wir sind die vierte Macht. Rechnet mit uns.